Untertitelung des ZDF, 2020 Das begann wie ein gewöhnlicher Mordfall, entwickelt sich zu einem grausamen Albtraum. Der Höhepunkt der Tattooierkunst. Vielleicht der Kunst überhaupt. Ich hatte gehofft, dass sie mir vielleicht was über Lins Tattoo erzählen könnten. Der Künstler war ein japanischer Meister im klassischen Stil. Hiromitsu. Er hat nur zwölf Tattoos geschaffen. Hier ist es von Lin. Nummer drei. Den Wulsen habe ich. Ich brauche die anderen Elfträger von Hiromitsu. Und die sind alle als tot oder vermisst gemeldet? Zwei Männer jagen einen kaltblütigen Serienkiller. Sie tauchen ein in eine mysteriöse Welt. Ich verkaufe ihnen... Ich verkaufe ihnen meine Tattooierkunst. Was sie entdecken, übersteigt die Grenzen jeglicher Vorstellungskraft. Bleiben Sie stehen! Lukas! Lukas! Was? Ja! 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 Lukas! Untertitelung des ZDF, 2020